Wenn Sie am Montagabend da sind, die ist seit Mittwoch ab, die Donnerstag ist eh schon frei und ich gehe zum Mittwoch und bin dann auch da, je nachdem wie ich es mir einstellt, aber das sollte ich dann auch nicht bescheiden, ob ich dann vormittag kann. Ich schaue es an, hier ist es ein bisschen wichtiger, dass ich mich da bin. Also ich bin seit dem Grund, im Mittwoch, im Mittwoch, bin ich da, weil da habe ich das Problem verbunden. Also Mittwoch bin ich eigentlich ab, Mittwoch an Grafen. Ja, Mittwoch und ich bin ich abends da, weil da muss ich arbeiten. Ja, Mittwoch, ich bin ganz normal. Da früh, dann auch abends da, oder? Da kauft man gern hier. Schön früh um 8. Am Bonnabend, ab 3. Freitag ist ja ab, ja. Freitag an der Frühmacht. Samstag um 14.30. 8.30. Nee, wir fangen um 7.30 Uhr an. Das geht schon wacker. Wir fangen eine Stunde wieder an. Nee, eine, die um 8.30 Uhr. Nee, die geht um 8.30 Uhr. Ja, ich meine, die Samstag und 3.30 Uhr. Ah, 14.30 Uhr und so. Aber es geht um 8.30 Uhr. 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 Und dann waren wir um 8.30 Uhr. Genau. Das heißt, wir passen ja. 5 Uhr im Stall sein. Und dann schlafen das. Wie soll der denn das mitmachen? Nee, das hat uns noch keiner. Ja. Ja. Ich halte, kann ich schlafen. Und dann wäre es noch so auf die Stadt. Ja, genau. Oh ja. Um dir leid. So, um dich. Das ist die einzige. Vielen Dank.